und weiter geht's mit der lx ziehen ziehen wir ziehen weiter plasma zelle wie sieht es aus bei so eine falle wo sind die plasma zellen wo sind die plasma zellen nicht so anlegen hier sind die plasma zellen oder auch nicht du lügner du lügner da ist doch noch jemand am leben oder sanftes klobpapier sind die lx 2 war klobpapier zum loten glaube ich schon oder leider hat die apokalypse kein sanftes klobpapier mehr das einzige was man vermisst ich erinnere mich an diesen ort es gab es noch nicht eine arena auf dem weiß gegner auf dem weiße gegner da kommen sie doch schon nein schneller hast du den schuss gesehen hast du den schuss gesehen und da bin ich gut während meine kamera sich umdreht und ich nichts mehr sehe magic fire quickscope jacks sollte man schauen was ich bei meiner magie upgraden kann wahrscheinlich nicht will ich habe in constitution reingesteckt damit ich die nächste berserker rüstung mir leisten kann das wird wahrscheinlich erstmal nach diesen nächsten mission sein zu einfach ich habe ein echo gehört ich denke ein klopfen arena hey guys au ich dachte es hat freundlich verdammt sind doch gar nicht gefangen ok rückzug rückzug checks oh hilfe nein nein ok rückzug praktischer rückzug hier ich denke mal das wird ein alter Kampf das wird ein alter Kampf das wird ein alter Kampf den Kampf du ich nicht überlebe hat mir ins Gesicht gespuckt quick save, yay, dankespiel dankespiel, ok, jetzt hast du den Typen da unten Feuer haben wir noch was haben wir von Waffen noch, wo wir Muni haben hier, wo ist der Typ hin wo ist der Typ, der sagt, ob ich ärgern will natürlich ist er jetzt nicht da ah ja wird natürlich wieder Schaden machen müssen Handgranaten die hauen wir da rein die werden schon regeln und richten oh, Schrottsammlerhose, wie cool die werden doch irgendwo eine Kochstation für mich hier haben Controller, Controller scherzt dich Controller sagt nein komm schon, Jax nicht selber verbrennen ach, bedammt die Kamera hängt doll aus sich doch nicht anspucken, Fark oh, ist ja schön der Ort hier ist ein wenig besorgniserregend gib mir deine Show findest du, Fark, findest du ich weiß nicht, wie du drauf kommst keine Ahnung jetzt können wir nochmal unten reinschauen was nehmen wir da eine Waffe mit warmen Werfer nehmen wir da alles auf Flamme ich hab die Alprüstung an für Elektroschrott sind wir hier reingegangen Knochen yeah hopp ich seh nichts verdammt verdammt hier schlecht beleuchtet aber echt wie soll man bei dieser Arena was sehen das haben sie schlecht geplant verdammt schlecht geplant ist der nicht noch irgendwo ein Anführer oder eine Feuerstelle oder eine Feuerstelle fäll aus und Monster draußen Farkas Tagebuch ja ich glaub ich geh keine Tagebücher lesen nicht gerade mein Ding lieber Gegner töten looten mehr so mein Ding ähm nein hör auf du Idiot Lone Taka raus hier wirklich kann doch die Wand durchschießen er kennt sein Ding da drin keine Mone mehr soll ich den Dippen da drin besiegen wenn du da campst ehrlich ehrlich das What the hell? Anscheinend kommt er, wenn er nicht raus Ich hab Zeit, wofür brausen, um sie auszunehmen Na na, großer Heiltrank hier Okay, probieren wir's mit Feuer Dumm lebt auch noch wer Ah, nicht ausgedocht, nein Den Typen hat man ja keine Chance, wenn er da drinnen darum campt Jetzt mit Schwert einfach reinrennen Das hilft's Verdammt Verdammt Was für ein Drecksfighter Was für ein Drecksfighter Ach du Nein, ich lese dein Tagebuch nicht Ich hoffe, ich hab von dir noch was Gutes bekommen Verdammt, da Drecksfighter drinnen Okay, Regal Macht alles wieder wett Oh boy Er erkennt einfach seine Hütte Naja, ist ja eine geniale Taktik Geniale Taktik, muss man ihn schon lassen Ich würde hier wohl ein Bett finden, wo ich schlafen kann Ein bisschen erhehlig Mh, mh Mh, mh 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 Ruhig Mh Mh Wo ich nochmal gegen Lone Tucker fighten muss Den Assi-Bossfight Nummer 1 Unser Aufenthalt hier scheint mir äusserst riskant Ja, 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 ja Wenn du das sagst Jo Asslfleisch-Suppe, das kennen wir doch schon Takas-Mam Was ist Takas-Mam? Nichts mit Rüstungen Was ist Takas-Mam? Trank? Nein Trank? Boge Was ist eine Notiz? Takas-Tagebuch, Takas-Tagebuch Takas-Mam Oaah Ah Ts Feeling like it is open vor Uh, I'm dead An um, Wos uh, besagt Wo sind eure Betten? Da kann man nicht schlafen drin. Ich habe ihn Freud genannt. Das ist ein weiter Weg. Verdammt, ist das ein weiter Weg. Ich will die Hose. Ich will die Hose. Machen wir einen Speedrun rüber, Fark. Okay, okay. Ah, wir haben ja. Begrenzte Ausdauer. Es ist nicht ein schneller Laufen Mod gegeben. Ich glaube, das war für Elix 2. Aber mit dem Elix 2 Jetpack hat man ja natürlich keine Laufprobleme. Und wenn da drüben jetzt keine Alphose ist, dann wird das richtig enttäuschend. Ich habe mich gerade gefragt, was da in der Luft rumgeflogen ist. Da war sicher drüben irgendwo ein Teleporter versteckt. Und ich habe ihn nicht gefunden. Was haben wir da? Dieses Ding. Während ich noch immer auf Dolmen warte. Zum Dolmen matchen. Zureiß die. In diesem Dorf hier kann man auch viel plündern. Da werden wir uns nicht reinbegeben jetzt. Und irgendwo gibt es da auch eine Nebenmission mit einem Kleriker. Die auch ziemlich schwierig ist. Die kann man machen. Da habe ich es beim ersten Mal durchspielen zehnmal circa probiert. Weil der Typ immer sofort gestorben ist. Da muss man hinkommen und ihn sofort verteidigen probieren. Und wenn er stirbt, ist die Mission anscheinend schon vermosselt. Vermosselt oft. Irgendwo ist hier auch eine Kleriker Burg mit vielen Nebenmissionen. Die habe ich auch noch nicht gefunden. Ich glaube, ich werde mir später irgendwann einmal von dem Spiel ein Kleriker Let's Play gönnen. Weil der Kleriker eigentlich meine Lieblingsfraktion ist. Was ist da um fünf Viech? Zuland gibt es keine fliegenden Gegner in diesem Spiel. Glaube ich halt. Klasse fliegende Gegner. Auch immer Albträumen von Casadors. Das Ballard. Das sind extrem gefährlich. Ich habe mich in meinem Börmer-Dev zwar nicht erwischt, aber so weit bin ich auch gar nicht gekommen. Ein weiter Weg runter. Vorher holen wir uns die Alphose. Ich glaube, ich lande im Lava. Okay, gerade so. Park. There you go. Good boy. Mit euch Vögel. Aber über die Sommertage wird mein PC wahrscheinlich ziemlich heiß laufen. Da werde ich dann wahrscheinlich zurück zu... Fallout. Da drüben ist der Teleporter. Verdammt. Ich werde hier warten. Catching Fire. I'm catching fire. Ah ja. Okay. Der Typ ist beim Auto hängen geblieben. Jetzt wird er vom Falk hin und her geschupft. Arme Schwein. Keine Munition mehr. Ist da jetzt was drin? Nein, halt nicht. Nein, ausweichen, ausweichen, wegrennen und trinken. Was tust du? Controller! Controller! Oh, verdammt. Oh. Controller. Bist du dir sicher, dass wir da hinwollen? Nein. Nein. Bin ich nicht. Der Energierieger. Verdammt. Ich werde bestraft. Ich werde bestraft. Das sollte ich noch Muni drinnen haben. Muni checken ist doch überbewertet, oder? Ach, das ist Osser Reichweite. Oh boy. Okay. Jetzt gucken wir die Alpose. Eilung. Ich werde hier warten. Hoi! Verdammt, das gibt Gas. Ich bin hier. Verdammt, hat das gerade Gas gegeben. Irgendwann die Alpose. Versuchen wir es mal runter. Obwohl ich nicht glaube, dass ich das überleben werde. Ich werde hier warten. Nein, das werde ich auf jeden Fall nicht überleben. Müssen wir mal da unten kämpfen können. Das Tier schaut cool aus. Sind auf jeden Fall gefährlicher als die anderen Untiere in Elex 2. Schauen wir gleich die Hose an. Ich schaue, ob ich noch mit meinem radioaktiven Zeug was holen kann hier drüben. Ich schätze, dass da drüben ist wieder radioaktives Gebiet, das mich sofort vernichtet. Raus hier. Raus hier. Oh, wohl. Dann haben wir noch Haufenwassergegner. Okay, wo ist die Hose? Kriegerhose. Itpansepai. Ah, Separatisten. Sep für Separatisten. Cool, 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 cool. Ich muss was zurückzuhören, wenn ich besser kann. Verdammt, schaut wie cool aus. Wisst ihr das Volk? Das Volk sieht schon cool aus. Wo ist meine... Ja, war der Berserker halt. Uh, da gibt es viele von denen. Deine, den Kampf. Na, Gott sei Dank. Er zählt irgendwo hin. Das war's mit dem kleinen Fart. Uh, das war's gleich mit mir. Und dann, da muss ich viel hoffen. Lebenssaft. Oh, das war's mit mir. Oh jeee! Das ist ein Jetpack, ich habe nichts zu schrauben. Lauf! 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 Oh! Freckt mich der Typ! Was? Was passt gerade nicht? Hm... Er wollte nicht schlagen. Oh! 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 Stell dir vor, du hättest den Einschlag des Meteors mit eigenen Augen sehen können. Das wäre ein kurzes Schauspiel geworden. Stimmt! Aber was für eins! Oh! Gibt es hier überhaupt irgendwas? Der Ort hier ist ein wenig... ...besorgniserregend. You don't say. Haben wir nicht schon genug auf die Fresse bekommen? Verdammt! Okay, okay. Machen wir die Hauptmission mit ihm fertig. Ähm... Ich muss mir mal... ...eine Töffelchen kleben. Ich habe hier nicht so viel Auswahl hier. Oh! 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 Welche Missionen haben wir gerade ausgewählt? Park wollten wir machen. Und Big Bang. Oh! Oh! Unglaublich! Bei diesem in Mitleidenschaft gezogenen Gebilde handelt es sich um einen Flackturm. Einen was? Ein Flackturm. Hochbunker, die sowohl Schutz- als auch Flugabwehrmaßnahmen bereitstellen sollten. Primitiv und im Nutzen fragwürdig. Aha. Oh boy. Wie weit sind wir schon drinnen in der Folge? Puh! Machen wir das nächste Mal. Oder jetzt gleich das nächste Mal, aber das nächste Mal, das nächste Mal. Was ist auch...